Okay, das ist jetzt ein Tatort. Jetzt würde ich gerne noch mal hier kurz gucken, ob ich hier noch irgendwo... Ich fürchte, ich werde mich da gleich einklinken bei dir. Ich bin hier in einem sehr merkwürdigen Raum mit sehr merkwürdig leuchtenden Energiesituationen. Und irgendwie nichts, was ich scannen könnte, abgesehen von ihm hier. Okay, Elektro-Dings. Was haben wir hier für Gabeln? Genau, die sollten meinen Pfeil nicht bleiben. Was haben wir da? Oder was auch immer das darstellen wird. Arme. Okay. Wer hat die schon gescannt? Ja, die hat schon gescannt. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, den ich nicht scannen möchte. Okay, Bürger-ID hat er. Peter August 2057. H3. Keine Berufe, kein Strafregister. Verstorben. Ja, ich muss mich nicht einklinken. Gott weiß, warum du fucking killst. Aber ich will meinen fucking Sonnen. Ja, Traum, ich komme. Da wollte ich schon mal rein in das... ...im Kopf eines... ...Mörders. Was könnte man sich Besseres vorstellen? Naja, wenigstens sieht's, äh, Anfang noch normal aus. Müll einmal. Ich hab keine... ...Sachen mehr. Ich bin ja vom Kopf und... Jetzt kann's nur noch schlimmer werden. Okay, Müll, Müll, Müll. Okay, Müll, Müll, Müll. Gänge mit schreienden Kindern oder irgendwas. Jetzt fällt hier da was runter. Nein. Aber hier ist der Sackgasse. Oh. Ja. Once upon a time. There lived in a certain village. A little country girl. The pruridiest creature who was ever seen. Okay, Leute mit Fernsehen ans Kopf. Von der Geschicht, Kindergeschichte da dran und, ähm... Ach, was sollts. Ich muss ja hier durch, sonst ist das Spiel ja nie die Zende. Ja, das ist abgeschlossen, war klar. Ich bin nicht da drüben, wenn ich nicht wegkomme. Ich bin nicht da drüben, wenn ich nicht wegkomme. Ich bin nicht da drüben, wenn ich nicht wegkomme. Was war noch zu? Hey. meinetwegen da ist das ist jeder okay das könnte der hintergrund sein mit dem tattoo studium aber ist hier ist auch monitor auf das gemischt kabel an der wand mit leuchten dass wir wieder wahrscheinlich ist es auch ganz lieber typ ich umbringen wollte bevor er von irgendwas zu irgendwas gezwungen wurde ok hier ist der text in latein wenn ich mich nicht jetzt bin ich kleiner mensch selbst kleine menschen können nicht springen ok jetzt komme ich mich an das zuerst dran machen wir sind einfach an der wand wie es ja hier so üblich ist in dieser wunderschönen in der hausung ok ich bin ein bisschen gewachsen irgendwas ist nicht richtig mit ihm gucken wir ihn an Not now, Victor. Mommy needs to rest. Go and play, okay? Okay, glitchige Wäsche. Na dann. I don't have time for this. Na dann nicht. Für nicht Fernsehen. Aufhol. Hm. Ja, Moment. Ich krieg's nicht mal aus. Ja, super. Was haben wir hier drin? Noch Kleidung. Gut, ich geh raus. Wir sehen uns. Ich geh in den Keller, wir sehen uns. Tack, tack, tack. Hey, mein Fahrrad. Und Zug. Ja, war klar. Was ist das? Ah. Danke, dass du mir die Richtung anzeigst. Und durch da. In einem kleinen privaten Raum. Wo ich mir eine Maske aufsetze. Victor! Victor! Der hat nur ein paar Strukturen gelesen, als er die Röder in der Tscheibe sahen. Er hat ein bisschen mehr gelesen und die Frau kamen und cried. Oh, ich war so so frightened. Es war so dark in China. Mami, warum hat der Wolf die Wolle sterben? Ja? Das war's. Und das Reh läuft schon wieder weg. Gehe ich da ein oder gehe ich zum Reh? Ich gehe da ein. Gehe ich da ein. Okay. Katspuren an der Tür und ziemlich abgefahrenes Zeug hier drüben. Ich mache eine Maske. Und hier wachsen Pflanzen. Keine Sonne. Aber hier wachsen Pflanzen. Ja. Warum auch nicht. Ein Monitor. Den muss ich ansehen. Da läuft das Reh. Ah. Verstehen manchmal ein bisschen komisch, aber... Dann ist das Schlimme, oder? Links rot. Rechts. Vielleicht hätte ich dem Fall hier folgen sollen. Na ja. Glitchy. Richtig rein in die Glitch. Glitch mal weiter. Die ist nicht... Hoffentlich... Oh, da, da. Wieder so eine... ...artige von mir. Auch nicht schlecht. Mit Freak hat Sonderlinge übersetzt. Ich glaube, das ist ein bisschen härter als Sonderlinge. Victor! Victor! Ja, ich bin in einem Horror-Spiel. Ich bin in einem Horror-Spiel. Das ist ganz normal. In einem Horror-Spiel. Victor! 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 Ich ignoriere dich einfach. Ich gehe einfach hoch. Ich gehe einfach hoch. Ich bin in seinen Gedanken... Okay, okay. Ich wohne hier nur. Du hast mir nicht ausgesucht, dass ich hier wohne. Oh Gott! Victor! Victor! Ich höre dich! Ich sehe dich nicht! Ich gehe jetzt hier in's kurz. Komm, Victor! Dinner ist bereit! Komm, Mom! Na, das will ich auch hoffen. Komm! Fernseher. Monitore. Whatever. The Cards. Du bist da links gelaufen. Ich muss hier ins Motiv. Oh. Keine Ahnung, ob das richtig ist, aber ich gehe einfach mal los. Okay. Das hat die echt geil gemacht. Information. Geradeaus. Und Weg jetzt auch geradeaus. Und weg. Es läuft. Okay, ich muss durch die rote Tür. Schön. Komm, Victor. Dinner ist bereit. Nein, du magst es. Bitte. Du musst essen. Komm. Essen. 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 Okay. Kann ich hier wieder zurück? Kann ich hier wieder zurück? Los. Hier rein gerannt. Ich hatte gedacht, hier gibt's vielleicht was zu essen. Äh, quatsch, was zu finden. Aber hier gibt's nur diese Tauben. Draußen sind auch Monitore. Okay, jetzt wird's schlimm. War doch nicht. Was gibt's hier? Ohne Karte oder so? Okay, wohin führst du mich jetzt, hm? Ohne Maske. Noch ne Maske. Viele Masken hier. Und da oben schon wieder die Zahnräder. Okay. Ich geh da gleich rein. Ich geh da jetzt rein. Okay, irgendwie hab ich hier was anderes erwartet. Okay. Sekunde. Ich muss kurz in die rote Ecke rein. Da ist alles anders. Ich geh da rein. Ich geh da rein. Das ist im Kopf. Ohne und hier haben wir hier. Nachrichten. Ach, ich bin raus. Ich geh in der rote Ecke. Auch nicht. In der rote Ecke. Herr, der ist nicht. Ja, das ist alles. Okay, da drüben ist das Tattoo-Zeug. Ich bin hier und kann nicht anders. Und dann der finale Gang. Okay, ich bin wieder ganz klein. Mehr oder weniger kaputt. Okay, ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Wenn der Mond voll ist, erwacht das Beest. Okay. Kaputte Kindheit voller Werbe für uns. Naja, kaputt weiß ich nicht, aber. Voller Werbe für euch. Nächst drin. Ich bin schon im Stehen. Naja. Noch ein Flashback bitte. Ja, komm. Jetztπει gr Bow up. Okay. Putz drin. Ja.